Hey Salzburg! Ja? Das bist du! Okay, und? Lil, blamier dich jetzt doch hier nicht, Mensch! Französischer Meister, mein Freund! Und wir sind österreichischer Meister! Digga, eure Alpenliga hat doch nix mit Profifußball zu tun! Das ist ne Profiliga wie jede andere! Und wir haben unter der Woche Elfmeterschießen geübt! Äh, das ist Gruppenphase, Bro! Ich weiß! Äh... Sevilla, Lil, ich heiß Hans-Peter! Für Salzburg gibt's heute zwei Elfmeter! Kapierst du's jetzt, Lil? Ohne Spaß! Ihr habt nach der Gruppenphase mehr Elfmeter als Schalke letzte Saison Punkte! Hä? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ach, egal!